Was geht ab YouTube? Taktix ist wieder back am Start mit einem neuen Video von mir. Und zwar habt ihr wahrscheinlich alle mein Merk-Martan-Video gesehen oder klickt auch deswegen hier auf. Und da wollte ich nochmal einiges klarstellen, weil die meisten dachten irgendwie, das ist ein Hate-Video gewesen oder dass ich irgendwie Beef anfangen würde. Also das war gar nicht meine Mission. Ich fand nur eine Aussage von ihm scheiße und deswegen habe ich dazu ein Video gemacht, weil ich sie ja wieder gerade stellen wollte. Da sind aber so einige Fragen aufgekommen, die ich heute nochmal klären wollte. Fangen wir mal direkt an mit seinem Auto. Mit YouTube allein an sich kann man nicht leben, mit dem YouTube Geld nicht. Damit auch alle wissen, wovon ich rede. So, da war er der Meinung, dass man von YouTube nicht leben kann. Und Leute, wenn ich von YouTube nicht leben kann, dann kaufe ich mir kein CTA 45, auch wenn es nur ein Leasing ist. Aber um ein CTA 45 zu leasen, der kostet auch schon mal wieder 300 Euro in der Serienausstattung. Also die billigste Variante kostet 284 oder so, aber runden wir mal auf 300, weil diese 15 Euro jetzt. Leute, um ein 300 Euro Auto zu leasen, das kann man nicht einfach mal so machen. So, manche Leute verdienen auch selber nur 300 Euro im Monat oder ja, ich glaube, Hartz IV ist 320 oder so. 300, weiß ich nicht, ich habe es letztens bei Arno Dübel gesehen. Krasser Tübel auf jeden Fall. Genau, erstmal, wenn ich wirklich von YouTube nicht leben kann, dann kaufe ich mir kein CTA 45 AMG auf Leasing. Auch wenn es nur als Firmenfahrzeug angemeldet ist, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dann kommen wir mal zum nächsten, in einem Video von ihm. In den letzten Videos habe ich eine Sache gesehen, die wirklich echt unkorrekt ist. Also da hat irgendwann seinen Wagen zerkratzt mit einem Schlüssel oder so. Also Leute, das sind echt die größten Bastarde, die das gemacht haben, muss ich ehrlich sagen, weil so etwas zu machen ist echt behindert so. Das gehört sich echt nicht, auch wenn man die Typen vielleicht nicht mag oder so, aber Dinge zu beschädigen, die ihm gehören, das gehört sich einfach nicht. Aber, was ich echt komisch fand ist, ich blende das hier mal ein, Experiment 1000 Grad Schlüssel an deinem Auto oder ja, an dein Auto. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es kann natürlich wahr sein, ich will das jetzt auch nicht falsch reden oder schlecht reden. Aber Leute, jetzt mal im Ernst, ganz komisch, gerade wo das im Trend ist, kommt dann genau sowas an seinem Auto. Ich finde es echt komisch. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich bin Abonnent von Matt Mattan, sonst würde ich diese Videos gar nicht sehen. Das heißt, ich schaue seine Videos selber. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum manche sagen, ich hate ihn oder will beef mit ihm. Stimmt gar nicht, ich habe ihn sogar privat geschrieben. Ja, mal gucken, ob noch eine Antwort kommt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben inzwischen dieses Video 40.000 Leute gesehen. Krass, auf jeden Fall Dankeschön nochmal an die, die mich deswegen abonniert haben. Aber wie gesagt, dieses 1000 Grad Schlüssel an dein Auto, an dein Auto, auch noch falsch geschrieben, aber ist ja scheißegal. Finde ich komisch, ich glaube nicht, dass das Ganze wahr ist, aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich habe jetzt keine Fakten oder sonst was, leider. Aber ich finde es echt extrem komisch, dass es jetzt gerade, wo es im Trend ist mit dem 1000 Grad heißen Messer oder 1000 Grad Samurai oder so, dann kommt das an seinen Wagen. Ist komisch, aber kann ich nichts weiter dazu sagen. Dann kommen wir mal zu Kommentaren, Leute. Da schreibt einer, man darf doch sagen, wie viel man verdient oder alle YouTuber sagen es einfach nur nicht. Macht man sonst im Beruf ja auch nicht. Das stimmt, das ist eine Sache, die, da habe ich mir sogar nochmal Notizen aufgeschrieben. Was viele immer denken ist, dass man seine Einnahmen nicht veröffentlichen darf. Das stimmt aber so überhaupt nicht, weil ich blende das ja auch mal wieder ein. Man darf sie von Google aus, darf man sie preisgeben. Es steht ja nochmal, ich lese euch das nochmal vor. Und zwar steht da, unbeschadet dieser Ziffer 9, ist es ihnen gestattet, den Betrag der von Google gesamterbrachten Zahlung aufgrund ihrer Nutzung der Dienste exakt offen zu legen. Versteht ihr, was das heißt, Leute? Also ihr dürft euren Verdienst von Google aus selber preisgeben. Nur die meisten YouTuber wissen es entweder gar nicht, dass man das nicht sagen darf oder möchten es nicht sagen. Das kann ich auch verstehen, weil vielleicht Hate aufkommt oder Leute neidisch werden. Das ist ja alles völlig legitim, Leute. Ich sage ja auch nicht, dass er das machen soll oder muss. Mir war es einfach nur so, zu sagen, dass man davon nicht leben kann. Das fand ich frech, während man ein CLA 45 AMG fährt, genug Equipment kaufen kann. Also ihm geht es ja gut. So, im neuesten Video habe ich sogar gesehen, die sind jetzt zusammengezogen, weil er hat auch noch einen in die Kommentare geschrieben, den lese ich jetzt auch nochmal vor. Genau, hier schreibt ein Burak Jilic, du vergisst die Steuern, die Miete, die er zahlt, Internet und so weiter. Und komm mir nicht mit, ja, weil er so viel Geld hat, kann er sich auch sowas leisten. Nix da, fast ihr das zahlt Steuern und seine Miete, jede Familie, egal ob arm oder reich, hat Internet zu Hause. Ihr vergisst das alles. Lieber Burak, erstens, eine Internetflat fürs Haus, wir haben selber eine, kostet 40 Euro. 40 Euro und ich habe eine 50.000er Leitung, 40 Euro. Zweitens, Miete hat er bis vor kurzem gar nicht gezahlt, weil er bei seinen Eltern gewohnt hat. Das wissen die meisten. Seit dem neuesten Video wohnt er erst bei seiner, oder mit seiner Freundin in einer gemeinsamen Wohnung, da wusste ich das noch gar nicht. Da war das Video schon längst draußen. Das Video habe ich vor einem Monat gemacht. Zweitens, die Steuern. Die Steuern habe ich so oft gelesen, also es hieß immer, ja, du vergisst die Steuern, du vergisst die Steuern. Ich weiß nicht, bei wie viel die Steuern sind bei YouTubern. Ich weiß es nicht, weil ich muss zum Glück nicht so viele Steuern zahlen. Die Steuern werden am Ende des Jahres gezahlt. Und ich glaube, da haben einige 45% geschrieben, das glaube ich gar nicht, weil 45% ist eine Reichensteuer und ich glaube, YouTuber zahlen keine Reichensteuer. Also jetzt nur mal so nebenbei. Ich würde mal sagen, vielleicht 30% oder irgendwie so, 35, ich weiß es nicht exakt. Dann habe ich es nochmal in einem Video gesehen und zwar das Video nennt sich, wir kaufen ein neues Auto. Checkt ihr Leute, wir kaufen ein neues Auto. Vor einer Woche oder vor einigen Wochen meinte er noch, ich kann von YouTube nicht leben. Also, wie kann sich eine Person, die von YouTube nicht leben kann, ein CLA45 auf Leasing leisten, eine eigene Wohnung, also eine eigene Wohnung sollte sich eher jeder leisten können, sage ich mal so. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer die ist oder sonst etwas. Aber ein CLA45 AMG, eine eigene Wohnung, dann jetzt noch ein Zweitwagen. Also ich glaube, eine ganz normale Familie kann sich kein Zweitwagen mal eben so leisten. Jetzt so ganz grob mal gesagt. Und wenn das ein Gebrauchtwagen wäre, wenn man sagen würde, okay, die kaufen sich bei Mobile irgendwie für 3.000 Euro irgendwie ein Smart. Ey, gönne ich ihm. Soll er machen, ist ja kein Problem. Aber die gehen zu Mercedes und wollen ein Smart haben für 14.000 oder 15.000. Ist jetzt vielleicht auch nicht die Welt. Ne, ist auch nicht vielleicht die Welt. Ist auch nicht, wie soll ich sagen, unbezahlbar. Aber wenn ich, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn man von YouTube nicht leben kann, dann kaufe ich mir keinen Zweitwagen. Natürlich ist YouTube seine Arbeit. Das sagt er auch, ey, ich verdiene meine Brötchen. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr, was du verdienst, als nur Brötchen. Und die meisten sagen immer, wir dürfen das nicht sagen. Wir dürfen es nicht sagen. Einer hat es echt gut in den Kommentaren beschrieben. Ich hoffe, ich habe den hier auch mal auf meinem PC. Ozan Yijel. Er hat die beste Antwort gegeben. Da schreibt ein Ali S. Man darf eigentlich keine Angaben geben, wie viel man verdient auf YouTube. Aber ich finde es richtig gut, dass du sagst, wie viel du bekommst. Danke. Daraufhin hat Ozan Yijel geschrieben, man darf es sagen, nur YouTuber wie zum Beispiel ApoRed sagen nicht gerne, wie viel sie verdienen. Siehe Mimi oder KuchenTV, die es beide gezeigt haben, wie viel sie verdienen. Das stimmt. Mimi und KuchenTV haben es beide gezeigt und Mimi war zu der Zeit sogar noch in einem Netzwerk. Heißt, in demselben Netzwerk, wo ApoRed jetzt ist. Also dürfte er das ja theoretisch auch machen. Und ich glaube, Mimi ist jetzt keiner, der echt blöd ist und keine Regeln beachtet oder Gesetze oder sonst etwas. Das ist ja schon ein richtiger Fuchs. Und deswegen finde ich diese Aussage echt gut, die du gebracht hast. Da schreibt er nochmal als Antwort, also wenn es Simon Desue oder Matt Matan, Leon Machère sagen, dass man nicht sagen darf, wie viel man als YouTuber verdient, glaube ich es schon. Ja, lieber Ali. Dann liegst du auf jeden Fall falsch, weil die lügen euch einfach nur an. Und ich finde, man sollte so eine gewisse Transparenz zur eigenen Community haben. Man sollte sie nicht unbedingt verarschen. Ich meine, keiner muss jetzt sagen, ey, ich verdiene 20.000 im Monat. Das geht wirklich keinem was an. Das ist jetzt seine eigene Meinung oder seine eigene Sache. Wenn er sie sagen möchte, dann sagt er sie. Wenn nicht, dann nicht. Das kann man ihm auch nicht übel nehmen. Aber ich finde, man sollte nicht sagen, dass man davon nicht leben kann, wenn man davon echt gut leben kann. Oder besser im Verhältnis zu anderen. Er sagt ja auch, bestes Beispiel, er sagt ja auch, ich kann nichts, in einem Video sagt Matt Matan, ich kann nichts dafür, dass ich mehr verdiene als ein Bauarbeiter. Bauarbeiter, zum Beispiel, acht Stunden draußen in der Kälte schuften muss. Aber ich kann doch nichts dafür, dass ich irgendwie mehr verdiene als ein Bauarbeiter. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Bauarbeiter, so im Durchschnitt, ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie viel die verdienen, aber ich glaube mal so 3.000 Euro netto. Ne, wenn die jetzt, also 3.000 Euro netto ist vielleicht sogar zu wenig, ich kenne mich da jetzt wirklich nicht aus, Leute, ich bin noch nicht in der Arbeitswelt, tut mir leid, aber 3.000 Euro netto, sagen wir mal. Der kann auch davon leben, sehr gut sogar vielleicht, wenn er vielleicht noch verheiratet ist oder sonst was, weil er zieht ja mit seiner Freunde zusammen. Ich glaube nicht, dass er die Wohnung alleine zahlt und zwar, dass sie sich das irgendwie schon abgeklärt haben, wer viel zahlt oder Hälfte, Hälfte oder keine Ahnung, Leute, das ist ja deren Sache, ne. Aber wenn ein Bauarbeiter mit 3.000 Euro gut leben kann, wie kann er mit Matan nicht gut leben, wenn er selber sagt, ich verdiene mehr als ein Bauarbeiter. Versteht ihr, was ich meine? Weil viele sagen ja auch, ey, der verdient gar nicht so viel oder ist doch seine Sache, wenn er so viel verdient. Was ich sagen will ist, ich gönne ihm, dass er viel verdient. Das verstehen die meisten nicht in den Kommentaren. Ich gönne ihm das, dass er viel verdient, nur er sollte ehrlich sein. Das ist mein Punkt, der mich gestört hat. Mehr nicht, ich habe ihn nicht gehaktet oder es ist kein Beef oder sonst was. Ich schaue ihn selber, ich finde seine Videos früh, Pranks auf der Straße oder sonst was, wenn du eierst und so. Die fand ich echt witzig und mit der Zeit hat es echt nachgelassen und mit der Zeit war es nur noch so, ja, so hingeschissen, sag ich mal. Das war nicht mehr witzig, aber sonst war eigentlich ganz cool. Das doch mal dazu, weil ja viele meinten, ich habe nicht alles beachtet und habe einiges vergessen, wie zum Beispiel Steuern, Netzwerk und so. Das haben wir jetzt alles geklärt. Was ja einige in den Kommentaren noch meinten ist, ja, aber ein anderer YouTuber verdient mehr. Leute, ich habe über Matt Matan geredet und nicht über Simon Desio, weil einige haben Simon Desio geschrieben oder Bibi oder so. Ich habe sogar einen gelesen, der hat geschrieben, Bibi hat im Dezember 100 Millionen Aufrufe gemacht. Ja, krank. Überlegt euch mal, wie viel sie verdient hat, wenn sie in einem Video fünfmal Werbung geschaltet hat. GG auf jeden Fall. Die kann auf jeden Fall einige Monate gut leben, aber es reicht natürlich nicht, wie bei Matt Matan, ne. Ist ja klar. Leute, das war es von dem Video. Wenn es dir gefallen, lasst uns mal eine positive Bewertung da. Es ist kein Hate, kein Beef, kein Diss oder sonst was. Leute, es ist nur meine eigene Meinung. Ich habe auch überlegt, ob ich über diesen Rami Korkmaz oder so ein Video machen soll, aber ich dachte mir so, ey, den haben schon zu viele YouTuber gefickt, den lasse ich jetzt mal liegen. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, über wen ich als nächstes ein Video machen soll. Und dann sage ich, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.